Cyberport präsentiert den Leaf iBridge 3 Speicherstick. Auch ein iPhone kommt an seine Grenzen, vor allem wenn es um den internen Speicherplatz geht. Wie gut, dass Leaf mit dem iBridge 3 eine Lösung für chronischen digitalen Platzmangel entwickelt hat. Die Speichererweiterung punktet mit kompakten Maßen, wodurch sie in jede Hosentasche passt. Dank der gebogenen J-Form des Gehäuses versteckt sich ein Großteil der Sticks hinter dem Rücken ihres iPhones und fällt kaum auf. Verbunden wird der iBridge 3 über den Lightning-Anschluss ihres iPhones oder iPads. Videos, Fotos, Musik und Textdokumente können dann vom internen Speicher auf den Stick verschoben werden. Der USB-Anschluss auf der anderen Seite ermöglicht das Überspielen der Dateien auf einen Computer. Dank der dazugehörigen App für iOS 9 und 10 bieten sich Ihnen zusätzliche Möglichkeiten an. Mit ihr können Fotos und Videos direkt auf den Stick aufgenommen und Kontakte automatisch gesichert werden. Der iBridge 3 ist dabei in verschiedenen Speichergrößen erhältlich. Durch Vergabe eines Passworts für den iBridge aktivieren Sie die Funktion Leaf Lock, welche Ihre Daten vor unerlaubtem Zugriff schützt. Darüber hinaus kann die Nutzung der App via Touch ID entsperrt werden. Mehr Speicher, mehr Inhalte für Ihr iPhone. Jetzt mit dem Leaf iBridge 3 Speicherstick. Mehr Inhalte für die Nutzung der App via Touch ID entsperrt werden. Mehr Inhalte für die Nutzung der App via Touch ID entsperrt werden.